so hoffe dass das jetzt alles richtig und gut gelaufen ist in der zeit bis der friedhelm hier herkommt kann ich euch vielleicht mal siehst du genau das meine ich wenn jetzt hier auf dieser strecke hier eine dorne wäre das würde mich schon arg doll stören hier liegen sogar noch da seht ihr dass ich das wirklich gemacht habe dass ich hier noch was liegen ach jetzt kann ich nichts mehr annehmen okay jetzt sind wir in dem modus wo ich nichts aufheben kann also ich selber auch nicht ich kann nichts mehr aufheben jetzt hier und auch friedhelm wird nichts mehr also man darf hier nichts mehr aufheben ich hoffe dass die sachen die friedhelm mir dann aber etwas konnte ich doch letztes mal bei grit da ist er wie hübsch du bist wie hübsch du bist also schnick ja das gefällt mir aber na ja das ist aber schnick nice das freut mich warte screenshot gemacht ich kann die sachen gleich aufheben nase an nase oh danke schön friedhelm du musst mir nur mal sagen oder schreiben was wir dir gutes tun können wenn wir wenn was haben was du was du gebrauchen kannst oh danke schön es sieht voll geil ist das wirklich schon ein kostüm für das neue foto ich finde das vor süß der rock ist ja der rock ist ja wohl richtig nice das ist dieser teure rock ne ja ja das ist süß guck mal wie hübsch liebst du den sommer auch so ja guck mal olaf lieber karl heinz schlaf gut süße träume dir und ich sag vorsichtshalber ein schönes wochenende ähm falls es am samstag na und ihr wisst schon ich mach mich wieder vom acker vielen vielen dank friedhelm schreib mir wenn du wenn wir was haben was du haben möchtest willst du noch mal in laden oder so willst du noch mal bei donald in laden oder so das wäre vielleicht eine maßnahme wo ich dir mal was gutes tun kann wir haben ganz viel zeug gekriegt ei der daus dinkel hopper und ruder und alles oha er ist schon weg jetzt ist er weg er hat mich verlassen und jetzt bin ich wieder einsam und das daran seht ihr dass ich diese platten aufheben konnte ähm dass der friedhelm wieder weg ist dann ist das wieder außer kraft gesetzt ich werde mal rüber gehen und warte genau wir werden mal rüber gehen warte mal warum geht das nicht wieso kann ich nicht rüber gehen ich bin doch hier in diesem modus ne also ist er jetzt doch noch hier friedhelm jetzt doch noch hier oh mein koro hallo da muss ich durch das schloss ne aber wieso kann ich nicht dann kann ich nicht rüber gehen schritt denn bei uns in der in im shop oder was aber ich sehe es nur wo an die einfach so reingehen kann er ja gar nicht aber warum kann ich denn jetzt nicht ich bin weg du musst die mehrspieler modus verlassen wie mache ich das komm her dann speichern wir das ganze mal so zurück zum hauptbildschirm ja also muss ich da tatsächlich auch raus gehen reicht manuela ein glas eisgekühlt sag mal mehrfach manuela guru ist ne gute idee lasst die fingern oma lesi oma lesi erdnuss flippt oh jetzt hast du mich auf dem richtigen fuß proxima jetzt ich esse nicht gerne chips nicht gerne salzstangen oder tacos oder so ein krab aber mit erdnussflips da kriegst du mich aber richtig so jetzt kann ich aber rüber genau jetzt kommen wir wieder rüber clips sind mega siehst du proxima jetzt hast du alle gekriegt finde drei teile der zeit veränderung ich habe ach so ja habe ich auch erst so frau tipptopp jetzt wollen wir doch mal gucken ob wir da in raffiki kram da den können wir oh wow 2 laute 2 laute und ein blauer trank die raffiki figuren haben wir gekriegt da ist raffiki mit dem musst du wahrscheinlich noch mal eine runde spielen komm gleich melde mich naja ich weiß doch was gutes für uns und ich hatte mal richtig appetit drauf oh weia am brettspiel sind wir jetzt bei 93 prozent ich weiß nicht ob du da jetzt noch spielen musst bei wie viel prozent waren wir wir waren bei 90 prozent ja stimmt wir waren bei 90 prozent du hast recht aber die sollte ich vielleicht auch nicht weg machen hier hier sollte ich vielleicht auch nicht weg machen da muss ich aber jetzt zurück um 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 friedhelm noch mal ein zu einzuladen zurück ins tal muss erst in mein lager das waren das jetzt zwei laute und ein trank war das ein blauer trank oder so ne aber es sind die tränke die man finden muss die kann man nicht selber machen ganz ehrlich ihr könnt euch jetzt nicht vorstellen wie hoch meine dankbarkeit gegenüber friedhelm ist weil ganz ehrlich wenn wir jetzt jeden tag wirklich ein zwei stunden hier gesell gesucht hätten dann hätte ich ja da hätte ich einfach nicht mehr streamen brauchen ne ganz ehrlich das ist einfach für so ein spiel nebenbei tatsächlich noch zu arbeiten no way no way keine chance jetzt gibt es mal tzatziki mit kartoffeln ich weiß gar nicht ob du jetzt neuen code brauchst ich glaube schon ich glaube du brauchst jetzt auch neuen code oder oh mein schätzchen ist hier okay ein neuer ein neuer code mit dem ein neuer code hier so meine freunde können jetzt wieder in mein toll da guck mal jack hat schon wieder geh mir nicht auf den sack wir müssen nicht sofort miteinander reden ich glaube die kartoffeln brauchen länger zu wachsen kann das sein müssen gleich noch mal gucken können wir noch die karte gucken ah da muss schon gegossen werden ich habe es befürchtet aber bis friedhelm hier ist kann ich ja noch mal schnell gießen gehen da kann ich nicht ach guck dir das an ich kann nichts machen es sitzt wirklich alles außer kraft das ist ja ein ding ich kann nichts machen außer nase an nase mit friedhelm zu stehen und das ist ja ein ding ich schaue gerne zu aber selber zocken würde ich es nicht das neue dream snap thema wird nicht anstrengend es wird eine katastrophe ist mir zu princesses ist es so was für ein geiler ausdruck warten geiler ausdruck jason hatte heute auch so ein schönes schönes ding was hatte er gesagt was hattest du gesagt irgendwie ein außenprojekt oder so ich habe schon wieder vergessen es ist mehr außeneinsatz irgendwie so irgendwie sowas fand ich auch beeindruckend hallo na du schokokuss nuckelchen doch nicht so viele mensch dankeschön dankeschön frithelm man kann auch keine emojis machen ich würde so gerne winken wir müssen sofort miteinander reden gehen mir nicht auf zünder ich habe besucht weg ist gegangen er ist gekommen so dankeschön frithelm gesichert zum hauptbildschirm ich habe nicht viel in rosa da muss ich improvisieren ich habe überhaupt noch nicht mal einem im ansatz eine idee ich habe noch nicht mal im ansatz eine idee was war eigentlich das letzte thema gewesen ach so wie wie schön also das ist aber bug using mein freund das ist aber bug using dazu sagen wir jetzt nix großes kommt auf disney dreamlight valley zu blau und haarig auf andrinas disco channel kannst du im kanal von disney dreamlight valley neuigkeiten lesen und dich mit anderen darüber austauschen schau vorbei und werde teil der community ja ich muss unbedingt in das sneak peek reingucken unbedingt also ganz 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 dringend hakuna matata außeneinsatz genau außeneinsatz genau das war das außeneinsatz hofflo du hast es lieblings outfit kann ich euch sagen jetzt schon das ding ist ja sowieso vorbei ich habe ich habe bell als kleid getragen weil es das schönste kleid war was ich habe ich habe ja vieles in meinem kleiderschrank aber das bell fand ich das schönste kleid ich bin so blond wie ich also wirklich wir müssen auf die insel der ewigkeit genau ich habe als kleid getragen das fand ich am schönsten hallo miri maus du hast nicht viel verpasst mama will nur die schrotze rausholen für gas ton dann gucken wir mal dank friedhelms hilfe können wir jetzt auch christoph machen jetzt auch guck mal wieviel lauten wir haben eide daus eide daus und auch den merlin ich habe zwei tränke oder ein trank habe ich gebraucht friedhelm du wirst wirklich eieieiei und ich bin stolz darauf guckt mal eigentlich haben wir ganz schön viele nebel daran seht ihr dass wir wirklich fleißig gesucht haben cookie monster so das haben wir auch für alle die die frisur die figuren also wir haben jetzt alle figuren beisammen und dann schauen wir jetzt mal in die sammlung und haben das brettspiel wir haben zusammen du hast es geschafft du hast es geschafft oh gott ja wir haben alle figuren zusammen und brauchen nie wieder brett spielen flinnen und rapunzel ralf reicht's ralf ist das ralf kommt was du willst gaston abschießen oder habe ich das falsch verstanden nein du hast das korrekt verstanden du hast das ganz richtig verstanden mama erholt mir auch die schrotze vom onkel aus aus ld aus lumberjack's dynasty ralf kommt auf dem bild das ist ralf im disney dream night valley channel oder renn gaston renn muss noch brett spielen für die dream lights haben wir schon glaube ich du meinst hier unten wir sind durch mit brett spielen hatte sanduhr münzjagd gucke wir sind mit münzjagd durch sally und mike aus monster ag okay aber auf dem bild ich kann jetzt gerade nicht gucken deswegen wir haben münzjagd haben wir gewonnen und spiele münzjagd hundertmal haben wir auch oder haben wir hier noch ne wir haben hier füttere die äffchen ernte paprikapulver wir haben kein münzjagd mehr ne ne wir sind durch wir sind durch damit ich sammle die sachen jetzt nicht ein weil ich die vielleicht vielleicht geht es ja noch für den anderen tally und micos ja wir werden uns überraschen lassen ich gehe jetzt noch mal ganz schnell zurück in die nach valley weil ich wusste die gemüsesorten ja noch mal gießen sonst geht uns jacky boy noch ein bisschen offen säckchen aufs säckchen die sneak peek muss ich mir auf jeden fall mal anschauen aber was ihr euch mal anschauen könntet ihr lieben aber dann ein wunderschönes video gepostet auch im video channel tatsächlich zu lost ember dem ein oder anderen sagt das was ein wundervoll ist also taschentücher ich sage nur taschentücher wirklich wer sich darauf einlassen kann wandern will ich übrigens auch eine neue testversion mit mit beispielsweise händlern und neuen gebäuden oh da müssen wir dann auch noch mal wieder irgendwie ein wochenende investieren ich habe gar nicht so viele wochenenden wie spiele investieren möchte ich wollte auch noch mal eine große karte mls machen und frau tipptopp habe ich auch noch ein spiel versprochen und auch war ja also ich muss doch nicht mehr wie 20 jahre noch leben glaube ich so die paprika haben wir das ist schon mal ganz gut wie lange die anderen sachen wachsen werden wir sehen das kenne ich zu viele spiele ich habe vor drei jahren habe ich 20 jahre versprochen die ich noch leben muss also ich habe jetzt noch 17 jahre vor mir ja